was geht ab heute mit dem stellen kurzen video oder zumindest mit einer kurzen ansage und dann zeige ich euch ein paar sachen und zwar habe ich in letzter zeit paar sachen gepusht ihr wisst mission staub ausgeben hat angefangen habe keine ahnung vor ein paar vorgegaumer zeit auf jeden fall mein ziel erreicht die acht millionen endlich mal geknackt acht millionen stern staub hatte sogar 8,5 8,6 sogar nach dem stern stopp event doppelsternen stopp und ja wie gesagt habe in letzter zeit paar sachen gepusht die werde ich euch jetzt noch zeigen unter anderem dabei mein zweites 100er youtube scheinen dieser floor vom cd hunderte incognito war auch dabei im stream letztens gepusht die ganzen sachen und da nicht alle leute die streams anschauen dachte ich mir zeige ich euch noch mal die highlights von dem ganzen mein großes ziel ist es ja jeden hunderter einmal auf max zu pushen und ja langsam genug gespart machen wir das langsam nächste zeit wird auch noch viel gepusht ich habe noch vor pinsel so weit zu machen neuer 3er selbst gibt für gunbull das heißt für pinsel muss ich so sachen pushen wie bluback ente ente legendär für viele interessieren aber das habe ich keinen guten gewiss von den belohnungen bei den feldforschungen gab es diese woche lauren aus 100 prozent fang chance theoretisch also er konnte nicht fliehen leider ziemlich schlechter bei mir flamaga flamaga kann ich noch auf max pushen also solche sachen und dann gegen granbull zum beispiel gift slimo 100er kann ich noch max pushen stahl stolz habe ich entwickelt aber noch nicht gepusht ok metagross habe ich zwar ein aber den will ich nicht auf max pushen weil er hat mittelwertige iv also den will ich nicht unbedingt auf max pushen schwerungs könnte ich machen dazu brauche ich erstmal metallmantel also da wird auf jeden fall noch ein paar sachen gepusht und dann in den streams immer wieder also die acht millionen werden jetzt in den nächsten paar wochen auf jeden fall rausgeballert also bleibt dran schreibt unten in den kommentaren was ihr sehen wollt was ich hier auf max pushe ansonsten zeige ich euch erstmal was ich so in letzter zeit gepusht habe für euch 700 leute dann push ich mal plus sieben echt traurig man so kurschina bultrancing so jetzt haben wir genau 800 bonbons perfekt das sind alle meine incognitos 300er ich hätte sogar noch mehr holen können aber ich habe jetzt keinen bock jeden buchstaben auf 100 auch noch zu jagen so power up 20 mal kann ich drauf drücken jetzt 19 wenn ich gerne mit mystic seien spielen auf jeden fall echt lustiger typ so ich weiß noch pokémon go nein der spiel gar nichts mehr häusend ist tot man erscheinbar nein ich finde ich saftig heute 7 85 wir knacken recht die 800 man zu viele zuschauer man oh mein gott ich muss kurz foto machen spende geht an mich ja die spende geht an mich aber den geht nicht um mein gott müsste aber gehen so wenn ich bokehörl heißt wer ist bokehörl oder aber wenn ich sie nicht kenne dann ist sie wahrscheinlich aus schaffen wir die tausend ich glaube nicht man so acht zuschauer drei mords reicht ja zuschauer halten sich ja korrekt alle meine zuschauer mitnehmen sind schon ein bisschen erwachsener kein problem hier warum es gehen weil die besser aussieht als der typ hong shiny togepi kann ich dir ein video davon schicken du kannst aber ich habe dafür keine verwendung wenn dann instagram oder facebook denke ich dass die maps wieder kommen ja auf jeden fall pokégirl ist heiß oder wer ist pokégirl man 900 900 haben wir noch nicht so kommt in dortmund auch mal bald ein event ja ich habe video dazu gemacht 11.000 zuschauer 900 gleich ja schauen wir mal war ich länger geht schon neun minuten nur noch schafft ihr die tausende vor den neuen vor 22 vor den neun minuten so 9 24 hatte wieso seht ihr das schneller als ich bei mir sind es auf 9 13 so gleich alles wieder daum schau mal schau mal das kann sein das kann sein ja der alte schwänzer 950 alter wo seht ihr das man ich bin bei 9 27 noch 1000 halb 1000 zuschauer halb 9 63 was labert ihr ich bin bei 9 34 sag mal kokowai oder visa floh mit flogerstattung visa floh easy visa floh 962 oh mein gott bekomme ich näher meinung zu fortnight fortnight ist lustig aber ich habe leider keine zeit das auch noch zu zocken so jetzt schauen wir kurz mal wieder in die trends trending live heute ASMR janina support mein gott wo sind wir da sind wir da steht 1k oh mein gott da steht echt 1k wir ohne ohne alles mit unserem ghetto stream so letzter push glaube ich bam der zweite 100% max 1015 noch schnell ein foto wir haben eigentlich die 1000 geknappt da man sieht halt jetzt nicht das erscheint okay hier sieht man schon so unter der luke pushen nur wenn du willst weil verwendung hast du dafür nicht unter der wablu pushen nur wenn du willst verwendung dafür hast du nicht mit gibt es hier noch cheater ja sehr viele nur noch taurs fehlt ja der kommt aber auf nicht bald 96er latias geflüchtet leidend ja auf jeden tut mir leid man dann beste quest bisher die ich bekommen habe ein sonderbonbon für sieben chargemoos glaubst du irgendwann kann man pokémon tauschen ja kann man bestimmt irgendwann dann tauscht mir alle eure hunderter ich will sie alle haben ich will sie alle haben Liebling von den drei raubkatzen suikun das mega glug gefangen oder gönn dir direkt verkaufen das war mein Liebling von den achso das habe ich gerade gelesen tut mir leid dein kumpel hat purenta obwohl er in deutschland wohnt wie geht das es gab ein event wo purenta kam hunderter voltballer aus crest gönn dir coole sache komm mal ein glenachs aus crest ne leider nicht so so Scheine Schnäppke? Geflüchtet! Oida, tut mir leid mal. Beste Pokémon aus der Quest? Also für mich Tangela. Bock auf Sida mit Glumanda? Nja, geht schon. Aber es gibt Schlimmeres. Schmisch Fortnite? Nein. War wahrscheinlich in dieser Flow gefangen, am CD. Kenne ich Drainboy Super. Ein bisschen kenne ich Drainboy Super. Ein ganz bisschen nur. Deiner Telegram-Gruppe heißt eine Suicune Fan. Sehr gut. Tornupta aus Quest ist saftig. Nja, wie man es nimmt. Scheine Schnäppke aus Ei. Kann er sich gönnen? Soll er sich gönnen? Welche guten Pokémon kann man aus Quest bekommen? Chanera, La Vita, Trattini, Tangela. Langsamer Modus nervt. Nur die, die spammen wollen. Normale Zuschauer nervt das nicht. Das ist mein Lieblingschein, den, den ich gerade hier pushe. Oh, 2,5. Soll man den auf 2,5 lassen? Ich glaube, einmal kann ich... Ah, zweimal kann ich den noch pushen. Dreimal noch. Ah, machen wir mal weiter. Hier kriegt man Chanera, 5 Eierbrücken, glaube ich. So, jetzt ist es auf Max. 2,5, 5, 5, 5. Okay, das ist auch eine coole Zahl. So, das war's. Ein paar Sachen gepusht auf Max. Wie gesagt, ich habe unten rein, was ich demnächst noch alles so auf Max pushen soll. Aber das war's von mir. Ich will mal liken, subscriben, kommentieren. Check die Analyse ab. Folg mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check die Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon is your business. Tschüss.